Die Probleme der amerikanischen Gewerbeimmobilien erfassen nun auch schon deutsche Banken. Ja, richtig gehört. In einem Artikel des Handelsblatt wird davon geschrieben, dass die Pfandbriefbank die aktuelle Situation als die größte Immobilienkrise seit der Finanzkrise 2008 einschätzt. Zudem geriet auch der Aktienkurs der Deutschen Bank am Mittwoch dieser Woche zeitweise unter Druck. Auch ist ein Auslöser dafür, dass das US-Institut New York Commodity Bank Corp, dessen Aktien dieser Woche auf den tiefsten Stand seit 27 Jahren absagte. Tja, die Leerstandsquote der US-Immobilien, also für Gewerbeimmobilien, liegt nach Daten von Moody's bei fast 20%. Ja, also wir haben hier eine Situation, die einfach unfassbar ist. Trotzdem klettern die Indizes auf Höchststände. Trotzdem will man so tun, als wäre alles in Ordnung. Und trotzdem pumpt man weiter Geld in den Markt. Tja, wer jetzt doch glaubt, es ist alles easy, alles super und es wird die nächsten zehn Jahre so weitergehen wie die letzten zehn Jahre, der kann das natürlich gerne glauben. Wir versuchen uns da möglichst realistisch zu positionieren. Und eine sehr wichtige Positionierung für uns ist natürlich unser Rohstoffsektor, aber natürlich auch das Thema Edelmetalle spielt bei uns nach wie vor eine große Rolle. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und dafür ist natürlich immer wichtig, dass wir diesen gesamtglobalen Markt betrachten. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe mal wieder was eingeworfen. Was ich hier jetzt gerade noch im Handelsblatt gesehen habe, man sieht also ganz klar, die Welt ist anders, die Welt tickt anders. Nur weil die Indizes auf dem Höchststand sind, heißt es nicht, dass alles völlig in Ordnung ist und wir gerade in der Total-Boom-Phase sind. Im Gegenteil, ich glaube, wir sehen eigentlich täglich mehr Anzeichen, mehr Warnsignale, die einem sagen, hey, werd mal realistisch. Und wir wollen deswegen heute mal gemeinsam wieder zum Wochenende hin in unsere Small-Cap-Aktien schauen. Wir wollen gucken, was sich so im Bergbau diese Woche getan hat, gerade bei unseren kleinen Aktien auf axinocapital.de. Da gibt es hier ein paar spannende News. Wenn euch das ganze Thema interessiert, wenn ihr sagt, hey, ich finde es super, was Axino hier kostenlose Videos für uns macht, dann könnt ihr uns sehr gerne etwas zurückgeben, zum Beispiel in Form eines Daumen nach oben oder auch einen kurzen Kommentar. Da freuen wir uns sehr. Jetzt geht es los mit den News der Woche. Und wenn wir über Rohstoffe sprechen, da ist natürlich das Thema Energie ein ganz, ganz großer Punkt. Und wir sehen eine Entwicklung, die von vielen so ein bisschen schon vorausgeahnt wurde. Aber ja, von anderen Leuten wiederum nicht wahrhaben wollte. Ich glaube, wir erinnern uns alle, dass in den letzten Monaten und Jahren, vor allem war das in England sehr stark der Fall, diese Stop-Oil-Kampagnen unterwegs waren. Bei uns waren es eher die Klimakleber, die sich auf die Straße geklebt haben und gesagt haben, wir dürfen alle nicht mehr fliegen, dann aber schlussendlich selber nach Bali geflogen sind, ein paar Tage später. In den USA beziehungsweise in Großbritannien war es eben ganz stark, dieses Stop-Oil. Und man hat eben sich sehr stark auf diese fossilen Brennstoffe fokussiert. Und man sagt, ja Mensch, wir können doch alle mit erneuerbaren Energien jetzt und mit Luft und Liebe sozusagen quasi unser Strom betreiben. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Ich denke, grundsätzlich sind erneuerbare Energien sehr gute Sachen. Ja, es ist toll, dass wir als Menschheit das geschafft haben, Sonne und Wind für uns zu nutzen. Dennoch muss man realistisch sein, aktuell ist es unmöglich, nur diese beiden Möglichkeiten zur Energiegewinnung zu nutzen. Tja, und weil wir gerade in Deutschland auch auf Uran- beziehungsweise Atomkraftwerke verzichten, gibt es eben bedingt viele Optionen. Eine große Option ist das Öl-Comeback, wie es das Handelsblatt auch schreibt. Das Spannende ist, die Big Oil-Firmen, also die ganzen großen Player, die man so kennt namentlich, ja, die sind wieder auf Shopping-Tour. Und es wird berichtet, dass die Industrie in 2023 etwa 312 Milliarden Dollar dafür ausgegeben hat, wieder neue Projekte an Land zu ziehen. Und das gilt generell für die fossilen Brennstoffe, also Öl und Gas, die sind wieder sehr, sehr stark im Kommen. Die Zeit ist definitiv noch nicht vorbei. Auch wenn wir fest davon überzeugt sind, dass diese politische Agenda, dass man sagt, wir wollen alle klimaneutral werden, ja, was ja auch sicherlich was Positives ist, will ich gar nicht immer nur abstreiten. Das ist eingeleitet, deswegen sehen wir auch gerade im Rohstoffsektor die E-Mobilitätsmetalle langfristig gesehen sehr, sehr spannend, ja. Aber kurzfristig gesehen sind eben auch Öl- und Gasaktien nach wie vor noch was sehr Interessantes. Und da haben wir, da habe ich euch letzte Woche schon was von erzählt, zum Beispiel die ADX Energy bei uns auf der Webseite. Die produzieren bereits schon in Österreich, ich wollte gerade Austria sagen, in Österreich produzieren die schon Öl und Gas. In relativ kleinen Mengen. Aber das Spannende ist, die Firma hat, das habe ich euch auch schon erklärt, mit dem sogenannten Welchau-Projekt in den Kalkalpen die Möglichkeit, ein mögliches Milliardenprojekt an Gas zu bohren. Und man muss sich, deswegen habe ich es heute nochmal aufgerufen, auch in diesem Gesamtkontext einmal diese, ja, die Situation vor Augen halten. Also es gibt ein Research Report von der Firma Octus Advisories, den kann ich euch jetzt hier nicht einblenden, da müsst ihr mal googeln, den gibt es auf jeden Fall public. Und dieser Research Report sagt, ja, ich bestütze mich jetzt da nur auf diese Analystenmeinungen, wenn ADX Energy es schaffen sollte, dieses Gas, was man im Boden vermutet, mit den jetzt stattfindenden Probebohrungen, wirklich zu treffen, so wie man sich das vorstellt, dann hätte der Stock ein Potenzial von 1,50 Dollar. Die Aktie steht aktuell bei, ich glaube, groben 10 Cent, also es wäre eine grobe Ver-15-fachung des aktuellen Wertes. Wichtig, das ist keine Anlageberatung, das ist natürlich auch hochrisikohaft, ja, was ist, wenn sie das Gas nicht treffen, das muss man natürlich immer wissen, das sind spekulative Aktien, das ist nun mal Exploration. Aber ihr seht mal, was für ein enormes Potenzial hier theoretisch schlummert und wie gesagt, bei ADX ist es derzeit so, dass man, ja, jetzt nur noch darauf wartet, dass der Bohrer kommt und dann, ja, geht's los. Und bei Gas weiß man eben relativ schnell, also man muss jetzt nicht monatelange Studien machen und das überarbeiten und nach einem Jahr weiß man, dann war es gut oder nicht, sondern bei Gas kann man relativ schnell schon absehen, haben wir jetzt hier einen richtig guten Erfolg oder eben nicht. Und da dürfen wir sehr gespannt sein, ich glaube, die nächsten Wochen können auch gerade in dem Gesamtkontext, dass dieser Markt sehr, sehr gut von den Big Playern überwacht wird, könnte das sehr spannend sein. Also wer weiß, wenn man da Gas findet, wie sich dann die ganze Sache entwickelt. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, keine Anlageberatung, Disclaimer beachten, ich glaube, das ist hier jedem bewusst. Wir reden hier nur über Chancen, auch über Risiken, aber empfehlen tun wir nie etwas. Wir blicken weiter und zwar ist ja auch immer noch ein sehr spannender Punkt, worüber ich gerade gesprochen habe, schon eingangs das Gold, die Edelmetalle. In potenziell schweren Zeiten, wirtschaftlich betrachtet, die vor uns liegen, da ist Gold eben etwas, was historisch betrachtet immer eine gute Entscheidung war. Und wir sind ja auch immer dabei, uns um Goldminen zu kümmern. Beispielsweise die Firma De Grey Mining, die hier auch erwähnt wird, das ist erst vor ein paar Jahren bei uns eine Firma gewesen, die sich nahezu verdreißigfacht hat im Best-Case-Szenario. Also es ist ein sehr spannender Sektor, in dem wir uns befinden. Und jetzt ist es so, dass die Firma Calumso Resources, die kennt ihr, über die habe ich auch schon häufiger berichtet, die hat in Australien eben Explorationsprojekte, hat auf ihrem sogenannten Ashburton-Projekt anderthalb Millionen Unzen Gold im Boden auch schon nachweisen können. Und da ist etwas sehr, sehr Spannendes passiert. Denn die Firma De Grey Mining, die hat gesagt, hey, wir glauben, dass wir euer Ashburton-Projekt wollen. Und was wurde jetzt gemacht? Es wurde ein Vertrag ausgehandelt, Calumso Resources hat jetzt drei Millionen US-Dollar dafür erhalten. Nur dafür, dass De Grey Mining jetzt sagt, alles klar, wir haben jetzt 18 Monate Zeit, um Untersuchungen durchzuführen und dann zu entscheiden, ob wir dieses Projekt haben wollen. Wollen sie das Projekt haben, würde der Vertrag sich auf 30 Millionen australische Dollar belaufen. Und ich meine, wenn eine Firma schon so ein Interesse bekundet, dass sie drei Millionen up front zahlt, um später nochmals 30 Millionen nachzuschieben, naja, ich denke mal, die haben da schon ganz starkes Interesse dran, könnte ich mir vorstellen. Sonst würde man nicht so konkret schon drei Millionen auf den Tisch legen, um nochmal letzte Untersuchungen durchführen zu können. Und das ist ganz spannend, denn die Firma Calumso Resources, ich sage euch ja immer, dass die, gerade die kleinen Firmen aktuell sehr, sehr leiden im Aktienkurs unter dieser, ja, schlechten Marktsituation. Und das sieht man auch, glaube ich, hier ganz gut. Wenn eine Firma bereit ist, natürlich über einen Zeitraum gestreckt, das Geld würde nicht direkt kommen, aber trotzdem, wenn eine Firma bereit ist, mal tendenziell über 30 Millionen US-Dollar, beziehungsweise mit dem Upfront-Payment 33 Millionen Dollar für ein Gold-Projekt zu sprechen, die Marktkapitalisierung der Firma aber nur 20 Millionen Dollar beträgt, das ist jetzt keine Bewertung, keine Analyse von mir, ich will euch das nur mal zeigen, ja, dass ihr das gesehen habt, wie eigentlich aktuell dieser Sektor auch von der Marktkapitalisierung dieser kleinen Firmen her ausgestellt ist. Dazu kommt ja noch das Calumso Resources, Anteile an der Firma Cali Metal, großes Aktienpaket hält diese Firma und auch in diesen Aktien ist natürlich ein Wert vorhanden. Also, keine Anlageberatung, definitiv nicht, ihr solltet das alle für euch nochmal gegenchecken, ihr habt die Informationen auf den Websites, das ist alles öffentlich, ich habe euch hier nur gezeigt, wie die Zahlen sind, ja, was ihr damit macht, das soll, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden, wir können da gar keine Verantwortung, gar keine Haftung, nichts übernehmen, einfach nur, dass ihr gesehen habt, wie es gerade in diesem Small-Cap-Sektor in Australien abgeht, wie die Zahlen so spielen. Wir machen weiter, wir bleiben natürlich im Mining-Bereich und gucken mal auf die Firma American Rare Earth. Ich habe ja eingangs über das Thema politisch eingeleitete Energiewende gesprochen und ein Riesenteil davon nehmen nun mal Elektroautos ein. Und ob du als Zuschauer oder ich, der jetzt hier sitzt, sagt, hey, Elektroautos sind toll, das ist völlig irrelevant. Relevant ist, dass es durchaus so ist, dass Elektroautos auf dem Vormarsch sind. Ja, die Zahlen, die verlangsamen sich, Fakt ist aber, das Wachstum der E-Autos, das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und dafür ist es elementar wichtig, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, und ich denke, das wird sich so schnell auch nicht ändern, seltene Erden zu haben. Seltene Erden sind nämlich die Metalle, aus denen beispielsweise die Motoren für die E-Autos gebaut werden können. Seltene Erden sind auch noch sonst überall drin, in Windenergie und sonst wo. Also in einer generellen Energiewende sind seltene Erden super wichtig. Und man möchte natürlich nicht 10.000 kleine, seltene Erdenprojekte haben und dann überall mal so ein bisschen was rausfischen, sondern man möchte natürlich das große Projekt haben. Und hier ist es sehr spannend, denn American Rare Earth hat auf dem sogenannten Helle Creek Projekt schon vorher eine Ressource gehabt, die andeuten ließ, dass man hier womöglich eines der größten seltenen Erdenprojekte hat. Und in dieser Woche konnte man die Ressource noch einmal um 64 Prozent erhöhen. Ja, damit beläuft sich die Ressource nun auf 2,34 Milliarden Tonnen Gestein, in dem seltene Erden enthalten sind. Und das ist unfassbar viel. Es gibt da so ein Ranking von den Top 10 seltenen Erdenprojekten und dort war American Rare Earth, glaube ich, beim letzten Mal auf Rang 5 oder 6. Und ich weiß nicht, wo man jetzt landet, nachdem die Ressource so enorm erholt wurde. Also auch hier, das ist so ein Projekt, wenn seltene Erden mal wieder richtig Fahrt aufnehmen. Also ich glaube, dann kann das spannend werden. Aber nochmal, auch das kann immer alles anders kommen, als man sich das denkt. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. So viel zu American Rare Earth. Viel Erfolg da in die USA zu den Jungs von American Rare Earth. Zudem gehen wir jetzt mal nach Namibia, denn dort befindet sich ja die Firma Ascari Metals. Und auch über die habe ich in der letzten Woche erst wieder gesprochen. Die haben da ihr sogenanntes UIS Lithium Projekt. Und da lief die Exploration in den letzten Monaten nicht so ideal. Und ich glaube, der Aktienkurs von Ascari Metals belegt das recht gut, dass man sich da was anderes erhofft hat. Tja, jetzt ist es aber so, dass es positive Good News gab. Man hat jetzt nochmal ausgedehnte Pegmatit-Zonen gefunden. Also Pegmatit ist eben das Lithiumhaltige Gestein. Und das ist eben ein sehr wichtiger Schritt. Damit kann man nochmal ganz klar sehen, wo sind wichtige Zonen, auf denen wir in Zukunft bohren können. Und wenn sich dann eben bestätigt, was man vermutet, dann kann das eben auch wieder sehr, sehr spannend werden zum Thema Energiewende. Das UIS Lithium Projekt von Ascari ist jetzt aber verhältnismäßig gesehen vom entwicklungstechnischen Stand durchaus ein paar Jahre hinter dem gerade seltene Erdenprojekt, was ich euch gezeigt habe. Ja, also hier werden jetzt noch Ziele gesucht, auf denen man ordentlich bohren kann. Auf der anderen Seite hat jetzt American Rare Earth, um mal so einen kleinen Vergleich für euch darzustellen, nicht nur schon eine Ressource, sondern sie haben die Ressource nochmals vergrößert. Also wir reden hier von einem riesenzeitlichen Unterschied mit vielen Dingen, die dazwischen noch zu tun sind. Soviel erstmal von den interessanteren Sachen aus unserem Small Cap Universum, beziehungsweise auch eingangs angesprochen dem Banken- und Geschäftsweltuniversum, wo man wirklich wieder sieht, hier könnte es demnächst mal ordentlich rappeln. Und ein weiterer Indikator dafür, dass wir mit unseren, ich möchte nicht sagen Prognosen, weil das sind es nicht, dass wir mit unseren Gedanken ja recht behalten könnten, ist, dass eben auch China wieder mal 10 Tonnen Gold gekauft hat und demnach den 15. Monat in Folge mit großen Goldkäufen aufgefallen ist. Und ich glaube auch das ist wieder so ein Indikator, wo man sieht, diese ganze Thematik BRICS gegen die G7, China und die BRICS, die laden sich total auf mit Gold. Wir sehen, hier tut sich enorm viel. Und ich glaube, wir dürfen alle sehr gespannt auf 2024, 2025 sein. Wir gehen stark davon aus, dass Rohstoffe, Rohstoffaktien, vor allem auch Edelmetallaktien in den nächsten Monaten großen Run erleben könnten. Ja, wichtig, auch wir haben keine Glaskugel, aber das ist einfach das, was sich abzeichnet aus unserem Umfeld, was wir so wahrnehmen, welche News sich ergeben, was sich so entwickelt. Und ich glaube, wir dürfen alle sehr gespannt sein, wie es hier weitergeht. Was glaubt ihr, wie es weitergeht? Beziehungsweise habt ihr irgendwelche Fragen zu der einen oder anderen Firma auf axinocapital.de? Dann lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier in den nächsten Tagen wiedersehen. Hinterlasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hier bald wieder. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020